Der Köln-Bonner Flughafen am 7. Februar gegen Mittag. Strahlende Sonne, blauer Himmel. Zwei außergewöhnliche Boeings rollen über die Startbahn. Die Flieger sehen aus wie Züge der Deutschen Bahn. Einer im ICE und der andere im DB Regio Branding. Die Namen der Flugzeuge, DBR-1 und DBR-2. Mit ihnen werben die DB AG und Toy Fly für ihre Kooperation Zug zum Flug. Es wird laufend besser angenommen, weil die Frage natürlich, wie sie zu ihrem Flughafen kommen, für viele Reisende ja ein Thema ist. Wenn ich mit dem Auto dahinfahre, wo stelle ich das Auto ab, was kostet das, abstellen und so weiter und so fort. Und wenn Ihnen heute der Reiseveranstalter bereits die Bahnreise mit im Reisepreis anbietet, dann ist das natürlich sicherlich auch interessant für viele Reisende. Wir finden, das ist eine sehr schöne Marketingkooperation, dass zwei starke Marken, Marken wie TUI Fly und die Deutsche Bahn eben gemeinsam auftreten. Wir sind der Auffassung, dass beide Marken dadurch eine Stärkung erfahren und beide Unternehmen von der Professionalität des anderen partizipieren. Terminal 2 am Check-in-Schalter. Rund 150 Gäste haben sich zur Taufe der Jets hier am Köln-Bonner Flughafen eingefunden. Rund 5 Liter Champagner sprudeln über die Flugzeugschnauze von DBR One. Ein freudiger Moment. Check-in zum Jungfernflug. Das Ziel des ICE-Fliegers Faro in Portugal. 100 Repräsentanten von 50 verschiedenen Flug- und Reiseveranstaltern sind an Bord. Die beiden Jets sollen drei Jahre lang im DB-Design unterwegs sein und Fluggäste der TUI Fly ans Mittelmeer, auf die Kanarischen Inseln und auf die Kap Verden bringen. Wir wollen es ja unseren Kunden möglichst bequem und einfach machen, ihre Reise anzutreten. Und gerade die Frage, wie kommt man zum Flughafen, wie pünktlich ist man dort, ist für viele Gäste eine bewegende Frage. Das Angebot mit der Bahn zum Flughafen anzureisen wird gerne in Anspruch genommen. Deswegen ist es für die Reisenden eine sehr bequeme und eine zuverlässige Art, ihren Flug anzutreten. Sie müssen einfach wissen, dass wir jedes Jahr rund 2,5 Millionen Menschen zu den Flügen mit der Bahn transportieren, aufgrund der Kooperationsangebote, die wir in der Zwischenzeit mit über 150 Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern haben. Und ich denke, das ist es wert, auch darauf hinzuweisen, weil wir werben ja mit dem Thema Zug zum Flug. Rückblick Mitte Januar 2011 in einem Flugzeughangar im niederländischen Maastricht. Hier auf dem Maastricht-Aachen-Airport lässt der Reisekonzern TUI viele seiner Flugzeuge designen und lackieren, wie diese Boeing 737. Insgesamt 9 Rohentwürfe gab es allein für die ICE-Variante. Vier wurden skizziert und der von allen Seiten getragene Entwurf wird hier im Maastrichter Hangar umgesetzt. Die größte Herausforderung war für mich einfach ein Medium Zug, was ja natürlich auf einer Schiene fährt, auf ein Medium Flugzeug, was natürlich fliegt, zu bringen. Also zwei Verkehrsmedien zu verschmelzen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, die es einfach zu meistern galt. Und da bin ich halt darauf gekommen, eben je abstrakter man das macht, je besser ist es. Schon seit Tagen treffen knapp ein Dutzend Lackierer die Vorbereitungen. Das Ziel ist ehrgeizig. Zug und Flugzeug sollen zu einer optischen Einheit verschmelzen. Also das Flugzeug, das kommt hier in die Halle und wird erstmal entlackt. Der alte Lack kommt komplett runter, weil wir sparen dadurch so ungefähr 80 Kilogramm an Gewicht. Und 80 Kilo, das sind circa, wenn man das mal umrechnet, ungefähr 8.000 Euro pro Jahr pro Flugzeug, die gespart werden nur an Gewicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es erst entlacken und hinterher natürlich, wie man sehen kann, Grundierung, die absolut notwendig ist, um Korrosion zu verhindern. Und anschließend kommt dann der Decklack, der das Flugzeug dann im Glanz erscheinen lässt, so wie der Kunde das wünscht. Aber es ist natürlich immer auf einem Blatt Papier eine andere Optik, wie ich dann hier am realen Objekt das habe. Weil hier gibt es halt dreidimensionale Flächen, die dann zu berücksichtigen sind, wenn ich da runde Linien, elliptische Linien draufbringe, muss ich halt dann einiges beachten. Und das ist halt die Schwierigkeit von einem Blatt Papier, das aufs Originalflugzeug zu bringen. Penibel werden alle Flächen entstaubt und entfettet. Atemschutzmasken schützen die Männer vor den giftigen Dämpfen. Das Flugzeug wird nach den vorgegebenen Entwürfen zunächst lackiert, dann erfolgt das Aufbringen der Verläufe in Airbrush-Technik. So ist es möglich, selbst feinste Farbverläufe zu erstellen. Dabei ist eine ruhige Hand gefordert. Insgesamt circa 85 Liter Farbe müssen gleichmäßig und exakt auf die vorgegebenen Stellen aufgetragen werden. Ja, wir haben zwei Flugzeuge. Es war uns extrem wichtig, beide Flugzeuge oder beide Transporteure auf diese Objekte zu bringen. Das ist einmal ein ICE, also ein Flugzeug im ICE-Design, was relativ klar verständlich auch für den Kunden ist, glaube ich, weil das Design halt ziemlich bekannt ist. Und wir haben ein Flugzeug im Nahverkehrs-Design, also im Interregio-Design, was mir auch besonders wichtig war. Der ICE passt in diese Form. Der Nahverkehrszug musste natürlich erstmal an diese etwas dynamischere Form eines Flugzeugs gebracht werden. Aber auch das Modell sieht hervorragend aus. Die Flugzeuge starten von Frankfurt, Stuttgart, Hannover und Düsseldorf. Auf www.tui-fly.com sind die Flugpläne zu finden. Ich denke, wir müssen schauen, dass wir nach und nach eigentlich sozusagen möglichst alle nennenswerten großen Reiseveranstalter in diesem Kooperationsthema einschließen. Und damit ist ja möglich, dass dieses Angebot noch weiter wächst. Die erste Maschine rollt zu ihrem Jungfernflug auf die Startbahn. Jede Boeing wird bis zu 1500 Flüge pro Jahr absolvieren und täglich an bis zu 10 Flughäfen für den Zug zum Flug werben. Aber zunächst heißt das Ziel des ICE-Fliegers Faro an der portugiesischen Atlantikküste. Der Sonne entgegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017